Also, verminial ist deutsch, das hier der Sieger, Giorgio Contini. Schauen wir das nochmal genau. Und das ist eine ganz klare Sache. Gewinnt hier, ich denke, bei Giorgio Contini ist hier der Sieger. Da gibt es so heiße Kämpfe, da wird Walter Berchthold noch zu weiter. Und auf dem dritten Platz haben wir das Rosenmeier. Und dann kommt der Rest aber auch noch ganz nah hier im Spiel. Ja, tolle Sache hier. Und wir haben wirklich den Beifall verdient, meine Damen und Herren. Nichts passiert, sehr schön gefahren, sehr brav geritten. Und ein klarer Sieger.